Oh man, was wollen sie irgendwie den Scheiß enttämen? Sind sie ein bisschen bescheuert, oder was? Na lass sie doch rein. Wenn's denen so wichtig ist... Ich kann mal fragen, ob ich bei denen mitspielen darf. Du musst halt einer für Kaktus runter oder so. Ben? Ich hab eine? Ja, ja, ich hab die. Ich hab meine linke Seite Treppe. Ich bin down am Zug, aber das war mir grad scheißegal, aber ich gedacht es wird eh noch nicht live. Gehen wir immer davon aus, dass es live ist. Na, Treppe down. Okay. Treppe, kommen welche? Ab allen Seiten Treppe. Ha, Püppel! Ha, Püppel!! Ah, Haupttreppe! Echt, Haupttreppe! Nix, Haupttreppe! Wer ist down? Leute, Rolltreppe sauber... Ja Alex hier warten auf dich, heut noch! Das ist ne neue Runde, ich hab nicht aufgepasst! Los, Attacke! Kaktus? Ja ich komm drauf, Tori! Tut mir unheimlich leid jetzt, ich war eben gar nicht bei der Sache! Ich war kurz bei Facebook und hab nicht aufgepasst, sorry! Sind beide an der Frette? Ja die kommen jetzt zu mir! Na roll Frette dann! Passt auf bei euch, ich hab's rückstatt! Kaktus? Ach ja komm, da kommt die Frette noch dazu! Hab einen Rolltreffer! Hab einen Rolltreffer! Kaktus! Wo? Zwei, drei Leute sind da noch! Ich bin auch down! Sorry, sorry, sorry! Nee vergiss es! Rolltreffer! Einer down! Und zwei dann! Hab ihn auch down! Was ich mache? Ich bin gerade rausgetappt! Warum? Warum? Was hier durch los geht! Achso! Und jetzt hab ich... Aber wir sind noch hin, wir sind noch hin! Jetzt geht's los! So, ich bin da! Tschuldigung, Tschuldigung, tut mir leid! Das ist eh nochmal! Ja! Kaktus guckst du zu? Kaktus guckst du zu? So wie vorhin, Alex! Kaktus! 20 Sprint! Kaktus ist da! Soll ich Nades oder Muni mitnehmen? Ich ziehe! Ich ziehe! Ich ziehe! Ich ziehe! Ich ziehe! Ich muss mal ganz kurz raustappen! Ich ziehe schon! Okay! Also, dann pushen wir! Ich hier gegen die Gegend ganz links! Kaktus! Ich passe zweite Rolltreffer und erste Rolltreffer auf! Die sind jetzt erst dann zieh! Objektiv faken! Ich gehe in den Laden rein! Ich mach Lockers! Ihr könnt alle in die Capzone! Alle in die Capzone! Da ist einer schon! Ah, Treppe! Volltreppe ist einer hoch! Oh, drei Treppe! Einer! Einer! Drei Links! Einer hab ich! Eigentlich hab ich down! Nein, das ist drin! Drei Leute seitentreppe! Einer down! Jawoll! Nein! 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 Ich war um die Ecke! Oh! Ich bin hier auf der Treppe! Nein! 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 Scheiße! Oh! Ich kann einfach von auf! Ja! 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 Wenn keiner mitkommt, dann... Oh! Fuck! Mann! Ich hab's mir in der Nate! Ja! Ich hab's mir in den Gang! Passt auf! Ja! In den Gang! Gangen sind sie jetzt Lockers? Sind sie einer? Ich guck schon! Ich guck schon! Ich guck schon! Ach nein! Ich hab zwei oben Rolltreppe! Ich geh nach links! Ich mach vordere Treppe alleine! Ich hab die hintere Rolltreppe noch im Auge! Vorne kommt was! Zwei! Einer down! Ja! Äh! Vordere Treppe kommt jetzt wahrscheinlich wieder! Schluhiger! 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 Ab den! Zweite Rolltreppe ist sauber! Oh Scheiße! Affair passt da hinten ab? Ja! Zwei Leute! Einer! Also zwei! Ab einen! LOL! Vordere Treppe kommt! Hinten zwei Rolltreppe! Wo ist der? Der ist down! Der ist down! Hörst du mich? Hörst du mich? Nee! Was tun wir zwischen den... Dingen dran? Die... Die sind... Wir können runtergehen! Ja! Ich bin unten! Lass du... Alter! Schlechte Idee! Schlechte Idee! Wo ist der? Wo ist der? Oh! Scheiße! Ich... Du meinst die 200 Wörter nicht, du PKP! Ist das fast egal! Er ist der Rolltreppe down! Er ist der Komets 2! Seitentreppe! Ab vordere einen! Steintreppe down! Komm 2! Steintreppe hoch! Jaaa... Ab einen! Seitentreppe! Nein! Kann mich dann erretzen! Vordere! Steintreppe! Links sind 4 Leute! Ich hab sie von hinten alle abgeräumt! Auf der Seite! Treppesteintreppe ist jetzt... Jo! Einen hab ich! Ist das 4 oder 5? Warte weggebrummt! Sauber! Oh Gott! Kannst du mir Linie vorziehen? Ne! Das war jetzt... Weißt du... So eine gefälte Aktion! Haben die abgelenkt und... Rücktreppe war sauber! Und dann... Schnell von hinten aufgeräumt! Weißt du? Das ist das was ich beim Training mal meinte! Hab einen bei C! Also noch einer bei C! Ja! Sind da auch nichts! Ich hab den... Einer... Einer links! Einer links! Der geht ehm... Die Steintreppe hoch! Hinter mir! Ab den Seitentreppe! Ab den Seitentreppe! Von hinten! Stopp! 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 Der kommt jetzt rein! Pass auf! Da läuft einer zu A! Hab ihn! Wie ist es? Wie ist es? Ich hab ihn! Entschuldigung! Kein Problem! Passt schon! Habs er toll! Ich bin bei dir! Ab er! Ja, ich weiß! Bin da! Kein Problem! Habs er toll! Bei dir! Oh! Da hat einer einen Siemens an! Oh! Kaktus! Kaktus! Wir haben uns selber Kaktus! Ich bin bei uns! Zwei Leute bei A! Meine Fresse! Komm zurück! Für B! Zwei oder drei! Jetzt ziehen weiter! Ich bin alle bei A! C hab ich! Zwei Leute bei A! Ich bin jetzt! Fahr Kartenscheider! Kaktus! Mach deinen Sound leiser! Kaktus! Mach deinen Sound leiser! Kaktus! Ich switch immer schnell! Ab den Lockers! Au! B-Burn! Der ist jetzt raus! Kaktus! Ich hab ihn mal kurz geswitcht! Sehr schön! Danke! Na gut! Ob ich zur Zeit... Ich bleib bei C! Ab den Shop! Bleibt jemand bei C stehen? Weil die können auch... Jeder hat das tatsächlich vorn! Oh! Hier hinter! Gunn kommt was! Gunn kommt was! Wir haben zwei glaube ich! Oh fuck! Einer hab ich! Pass auf Nate! Ah! Ich bleib doch! Bleib doch mal hier! Da sind drei Stück unten! Weil sie neben C! Einer wird weg! Also zwei! Die kommen jetzt! Jetzt komm ich! Bleib bei G! Schanzel, du bleibst auch vorne! Alex, du rennst mit Mafia zurück! Auf! Wow! Hier sind alle! Alle da! Alle bei C! Alle bei C! Alle bei C! Dann gehen wir zu A! Ich gehe zu A! Ich gehe zu A! Oder gesteuer ich zu B! Oder soll ich zu B gehen? B! 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 Ich bin bei B. Auf B alles. Geh hin. Hopp. Oh, ich bin im Häuschen tot geworden. Ich bin im Häuschen tot, da sind 3 Leute. Was war das denn für eine Aktion? Ich habe eine Rolltreppe. B sitzt noch einer direkt, vorne an der Fahne. Ich habe einen Lockers. Und im Shop sitzt auch einer dran. Ich bin down. Ich gehe 10. Ich gehe 10. Ich gehe 10. 2 down. Ich bin down im Gang. Aber im Gang ist keine. Wannst du, ich bin bei dir? Ja, der ist eine. Einen habe ich. 2 sind da. Direkt 2. Wo ist sie dir? Hast du so? Da sind 2. Einen habe ich down. Da sind noch 2. Die letzten sind direkt. Ich habe bei 10. 2 Leute. Ich gehe 10. Absolut. Danke. Reigen Gang nicht frei. Rolltreppe. Auf weiter. Ja, ich konnte. Geh ziehen. Rolltreppe kommt was hoch. I'm down. Danke. Kommt einer zu C vor. Jo, Sekunde. Los, ihr runter. Rolltreppe. Ich verstehe. Ich verstehe. 22. Scheiße. Die kommen einfach hinten. Und sie brauchen all-tap. Einen habe ich. Nein! Der andere ist so low. Einer ist noch da. Ja, ich bin stein. Alter, 1%. Ja, nice. Das hast du. Sehr schön. Sehr schön. Super. Gut aufgepasst. Da ist er noch irgendwo. Ich habe ihn nicht gesehen. Mitte. Ich habe keine Funktion mehr. Ich habe keine Funktion mehr. Hinten. Die Kammer ist wieder Rolltreppe hoch. Achtung. Hab einen ATM. Hab ihn. Hab ihn. Die sind bei A wieder. Ja. Ja. Ich gehe zu A. Komm dir mal mit. Ich bleib hier bei B ein bisschen rum. Ich halte sie bei C aus. Bleib mal zwei zurück, falls sie wieder C zu nehmen oder so. Also, wie kommst du dir mit runter Ben? Der ist nicht zu dritt oder zu viert. Ey, A. Zu dritt oder zu viert. Kommen jetzt alle rechts. Rechts. Ejo. Benni, nehme andere Seite. Ja. Einer down. Da kommt noch einer vor. Was auch. Da kommen noch mehr Ben. Einer low. Der vorne an der Schiedertür war. Oh shit. Sorry, Bro. Also. Nichts passiert. Kommt noch einer. Oben. Alex, bleib weg. Hab zwei unten. Einer ist noch oben im Fenster. Hab den. Hab ich auch. Oder du. Ja. Kommt von hinten rein. Hier. Hier springt einer. Oh, sorry. Kein Problem. Die kommen bei W links. Auf den Seitengang. Drei Leute. Die kommen alle in die Mitte. Da sind vier Leute. Die kommen über links. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Alles gut. Drei down. Alex. Vor dir ist einer. Vier down. Ich hab's da alle. Oh, einer ist da noch. Einer bis. Okay. Hast du doch noch einer kriegt? So. Wer ist das? Falsche Richtung. Schwanze. Was? Wie? Falsche Richtung. Perfekt haben wir alle. Das ist doch gut. Ich geh. Ratzien. Ja. Ich geh recht auf Zuglang. Da kommen zwei. Da kommen zwei. Alles klar. Ich geh genau wieder durch den Garm. Da sind zwei vorne. Ich geh am Zug lang hinten. Macht hinten. Das ist safe bis ganz nach vorne zu C. Renten durch. Einer der Zellkanzler. Alles klar. Ich geh wieder rein. Zwei kommen zu dir. Kommt zu dir. Kommt zu dir. Kommt zu dir. Kommt zu dir. Einen hab ich. Ich hab den anderen. Noch einen. Jo. Noch einen. Jo. Da krieg ich dich. Gut gemacht Ben. Das Wahnsinn. Perfekt. Ihr habt's schön abgelenkt. Das war gut. Deck auch die Seiten, dass da keiner hinter den Zügen durchschleicht oder so. Pro Fighter ist vorne. Ich bin auch vorne. Vor vorne. Vorne Zwecke. Aber ich bin noch weiter vorne als vorne. Oh mein Gott. Jetzt so ist kein Puck mehr oder was? Durch die Mitte. Einer war bei... Bin down. Ja den hab ich Alex. Dann sind beide wieder da wo immer. In der Mitte sind zwei. Einen hatte ich durch. Drei. Drei kommen in der Mitte. Hab's da Alex. Drei. Erstmal war er nach. Jo. Hat dich. Alex bin down. Da ist einer drin. Der Rest sind bescheidlich. Einen hab ich. Ah scheiße bin da auch down. Ich komm schon mal von hinten. Ja ich komm von hinten. Wir springen runter da zum Zug runter. Wir springen rechts zum Zug runter. Ich bin jetzt auch unten. Da sind die noch. Da sind die noch. Da sind da noch Ben. Hab hinter den Zügel zwei. Ich hatte auch noch einen. Das war's. Geil. Richtig geil. Aber der Joker und Genetik. Sonst kannst du alle wirklich in der Tone treten. Oh fuck. Fuckface von der F2000 in der Mitte. Wir haben nur noch 50% mit angehippt. Hat mich schon wieder. Kann man mich noch holen? Nein. Das ist noch einer. Your Mets over here. Hab einen in der Mitte. Linker Seite bei den Zügel. Einer down sind zwei. Den zweiten hab ich. Gut. Da sind meine Monee selber. Hostile Soldiers spotted. Over. Einer low in der Mitte. Oh mein Gott. Come and get your Mets. Was ist denn da? Er ist voll da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Oh. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Wir fangen an zu snipern. Sniper. Ist slow. So, hab den stark angehittet. Einen hab ich links bei mir. Hab beide hinten. Sauber. Ist noch einer. Hab den auch. Sniper oder was ist denn du? Was du so schnell holst. Die AEK hab ich mal genommen. Haben wir hinten? Drei, einer down. Hä? GGE hat's gut game. White power. White power, genau. Haha. Nee, well play. Nein, Papa, ja. Hier sind mehrere Sniper, Leute. Da liegen zwei Stück. Warte schrotzen. Bin da oder was? Hab mich noch. Low. Ich hab den mit dem Magnum über die halbe Karte raus. DM. Oh, der hat mich. Fuck. Ich mein, das kann nicht deren Ernst sein, auch wenn die verloren haben. Genetics hab ich. Ich kann doch jetzt nicht anfangen zu snipern, ey. Ach man, das ist doch scheißegal. Wir liegen komplett ins Problem. Der kauft sich ein Labello. Alter, schulder. Ja, ich glaub denen ist die Lotus vergangen. Ja. Von denen hören wir nie wieder was. Wow, mehrere Sniper, drei Stück. Ey. Sehr schön, ey. Voll die große. Was? Erstmal? Was? Erstmal? Erstmal sehen oder irgendwie so. Jetzt noch ne Frage, wer von euch ist morgen Abend da? Ich. Am Abend. Ich, jo. Okay, weil morgen Abend steht ja 100 an und ihr seid natürlich alle erst mal herzlich eingeladen. Also. Ich hab jetzt nicht auf die Nummer geschaut.